Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 28 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 680 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020